Sehr vorsichtig, Violetta, du musst ein Kraftfeld erzeugen, um dich und deinen Bruder darüber zu kriegen. Das Zeug stimmt wie dein Zimmer. Und du auch? Nein, warte. Kinder, hört auf damit. Lass, verwende das, um die Trümmer raufzurennen und die Dame zu retten. Das Zeug ist nicht so, dass ich die Trümmer raufzeuge. Was ist das? Ich danke dir, junger Mann. Oh, schick. Wir brauchen noch mehr von diesen Steinen, um etwas zu bauen. Aber rettet zuerst die anderen Bürger. Zuerst die Bürger, ja, alles klar. Ist wirklich alles okay, Bob? Ja, alles gut. Danke. Konzentriert euch darauf, alle anderen zu retten. Diese Möbel sehen irgendwie cool aus. Ich wette, ich kann meine Kräfte einsetzen, um etwas daraus zu bauen und den Luftwagenfahrer zu retten. Wird aber nicht so cool wie dieser Looping, den ich gerade gemacht habe. Ich müsste diese Steine in meinem Kopffeld sammeln können. Ja, nachdem wir es zerstört haben. Slash, haut drauf! Ich glaube, ich habe jetzt genug. Wir holen sie da runter, Sir. Wir haben sie. Puh, nie wieder liefere ich was in einen anderen Staat aus. Danke, du hast mich gerettet. Ich dachte schon, das war's. Vorsicht, es sind noch vier Männer vom Tunnelgräber. Wir mickrigen Bodenbewohner. Diese Typen gehen mir auf die Nerven und machen meinen Anzug schmutzig. Oh-oh. Puh, ich will auch mal! Weg von unserer Scheibe! Fröhliche Spitztour! Ich bin ein riesiger Fan von ganz früher. Ich helfe immer gern. Und jetzt ab in Sicherheit! Sir, wir haben noch einen! Toll gemacht, Leute! Sir! Alles gut! Nein, sie bricht durch! Ich mach schon! Kinder, wir müssen in das Rohrfahrzeug rein und den Maschinenraum finden. Wir sind gleich so weit. Jetzt fehlt nur noch einer, bevor wir los brauchen. Oh, ich sehe einen! Der ist draußen! Ja, aber wir können dort nicht draufklettern. Also musst du einen von uns hochwerfen, Dad. Alles okay da oben? Okay, das ist der letzte. Wir sind fertig. Okay, das ist der letzte. Zeit zum Heimwerken, na? Was meint ihr, Kinder? Kommst du wirklich damit klar, Dad? Bei der Montage des Grills hast du dich nicht so gut angestellt. Okay, jetzt ist es Showtime. Es ist der Kurs auf das Rathaus. Sie sind wieder in der Öffentlichkeit. Das ist unsere Chance. Folgt ihnen! Violetta! Wir sind hier, Mom! Wir sind hier, Mom! Na los, zum Maschinenraum geht's da, Lam. Ihr zwei bleibt in der Nähe und wandert nicht in Ruhe. Tja, weit sind wir nicht gekommen. Seht nur, ich müsste mich von Punkt zu Punkt strecken können, dann könnt ihr über mich drüberklettern. Los jetzt! Schnell! Kommt hier rüber! Wie seid ihr hier reingekommen? Haltet sie auf, Jungs! Ich verliere langsam die Geduld mit diesem Typen. Oh je, das ist mal ein wütendes Gesicht. Ich gehe nicht so, Kurs! Ja! Ich! Ja! Ja! Ich habe mein Applaus gemacht. Ich habe mein Applaus mit dem Typ zumляется! Ich habe mein Applaus mit dem Typus verdienen. Beizuwirfen, sonst läuft der Motorhals. Glaubt ihr etwa, das Zeug wächst auf Bäume? Kohle ist genau genommen. Prähistorisches Pflanzenmaterial. Hör auf, mir die ihr beizubringen. Vielleicht können wir ja den Motor überhitzen. Okay, finden wir noch etwas Kohle und werfen sie rein. Aber Vorsicht, diese Maschinen hier sehen ganz schön gefährlich aus. Violetta, wir müssen diesen Aufzug antreiben. Bin schon dran, Mom. Ich kann nicht schnell genug rennen, um ihn anzuteilen. Könnte Flash vielleicht von Nutzen sein? Schrei! Oh... Fuck! Was ist das? Was ist der Schacht? Da oben ist eine Stange, an die ich einen von euch werfen kann. Jetzt kippt die Kohle in den Motor, um ihn zu überhitzen. Wir müssen diese Kohle in die Maschine kippen. Können wir dazu irgendwas benutzen, um die Bahn zu bewegen? Wir müssen diesen Kühlmittelbehälter runterziehen. Damit fliegt der Motor sicher in die Luft. Die Kühlmittelbehälter sind in der Kühlmittelbehälter.